Herzlich Willkommen bei einer Live-Kunsterbietung beim dunklen Parabelritter. Kunst kommt nicht von Können, das werdet ihr auch gleich sehen. Und was machen wir heute? Wir basteln uns heute einen Super-Batman. Also im Endeffekt ein optimierter Batman. Und was braucht ein optimierter Batman? Natürlich einen großen Kopf, weil viel Gehirn und Superheld. Der braucht natürlich einen super krassen Stahlhelm mit Stahlnieten, damit er gut verteidigt ist. Und so einen schönen Kinnriemen, damit der da nicht runterfällt, wenn er irgendwie vom Hochhaus springt. Ein Superheld, hat natürlich auch super Riechorgane. Und die Augen müssen natürlich grün werden, weil grüne Augen sehr attraktiv sind. Große Ohren selbstverständlich, damit er die Verbrecher hört. Und Batman hat ja immer so das Problem, dass er immer so ein bisschen blöde guckt. Dafür kriegt er jetzt einen wunderschönen Kussmund gezaubert. Herz allerliebst, oder? Ja, jetzt bekommt er natürlich noch so einen starken Hals, weil so ein Batman, der muss ja ganz schön was aushalten. So große, breite Schultern, sehr männliche, so ein bisschen Rüstung dran. Hervorragend, oder? Ja, schön. Ja, und große Schultern, wie gesagt, ja, sie ein bisschen Arme dran. Und da selbstverständlich noch ein bisschen Brüste, weil, ja, also ich meine, ein Batman muss ja selbstverständlich auch eine weibliche Seite zeigen können. Und, tja, warum dann nicht einfach mal ein paar Brüste hinmalen? Ist es natürlich auch Kunst und die, ja, die Kunst, die kann dann auch noch rote Haare hinzufügen, weil große Brüste, rote Haare hervorragend für den Verkaufswert des Bildes, würde ich sagen. Also wir sehen hier, das nimmt hier schon Form an. Jetzt bekommt er natürlich noch einen äußerst männlichen Bart. Also Männlichkeit wird bei Batman immer groß geschrieben, deswegen braucht er einen riesigen Bart. Da kommen noch ein paar, ja, hier graue Streifen rein, ein bisschen Weisheit, ein bisschen Epicness, Gandalf und so. Und dann noch Excelhaare auf Epicness und, ja, sieht doch schon fast fertig aus. Aber jetzt noch ein paar Feinheiten, so ein bisschen, ja, den Ton aufhellen. Wir sehen, die dunklen Erfahrungen seiner Kindheit verlaufen hier in seiner Hautfärbung. Und da hingegen bekommt er jetzt einfach mal gelbe Schmetterlingsflüge, herzallerliebst. Jetzt kann der Batman ein bisschen rumflattern und wie ein Vampir noch ein bisschen hier saugen oder halt Nektar trinken mit den riesen Zähnen. Hörner bekommt er auch noch, da kann er sich auch ordentlich verteidigen, wenn er mal angerempelt wird. Und, ja, jetzt der optimierte Batman braucht natürlich auch noch eine Fernschaltung zur Polizei. Da kriegt er jetzt einfach eine etwas veraltete Antenne drauf und ein YOLO auf die Brust, damit die, ja, die Teenager-Fanschaft da auch noch begeistert ist. So und noch ein bisschen, ja, Atmosphäre drumherum. Und schon haben wir den neuen, perfekt optimierten Batman. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das wird auch in nächster Zeit mal umgesetzt. Dankeschön.